Spannende Frage für euch. Was ist eine Sportpistole? Ich habe so manchmal den Eindruck, wenn ich in die Kommentare reingucke, wo es zum Beispiel um eine Glock oder P10 geht oder wie auch immer, dass hier die Definition einer Sportpistole grundlegend unterschiedlich gesehen wird. Jeder hat da seine eigene Meinung dazu, die jedem selbstredend auch zusteht. Als Sportpistole per Definition sehen wir eigentlich in überwiegender Anzahl sowas hier. Wie meine FN International, klassische Spopi, Kaliber 22 Long Rifle. Das, was man so typischerweise im DSB für Sportpistole verwendet, nebenbei der GSP und so weiter. Das ist eigentlich mal so das, was die meisten unter einer Sportpistole verstehen. Wenn wir nur einen Schritt weiter gehen und in die Richtung Großkaliber gucken, dann sind die meisten, gehen immer hin und sagen, ja, SIG, XX, Les Bear, Premier 2, bla bla bla, mindestens 6 Zoll etc. etc. pp. Ich persönlich mache die Definition einer Sportpistole in keinster Weise an einem bestimmten Waffenmodell einer bestimmten Pistolenart fest. In dem Moment, wenn ich mich im Bereich des sportlichen Schießens, also des Schießsports bewege, ist jede Waffe, die ich verwende, eine Sportpistole oder ein Sportrevolver, je nachdem. Ich gehe jetzt mal auf das Thema Pistole nun mal ein. Ob das nun meine FN International 2 ist, eine Option. Ob das eine bis zum Erbrechen letzten Endes getunte CZ-75 ist, ob das eine CZ Shadow, Shadow 2, ob das eine SIG X-Serie ist, spielt keine Geige, sind in dem Moment, wenn sie sportlich genutzt werden, eine Sportpistole per Definition. Selbst eine Dienstpistole, originär Dienstpistole, wie eine CZ-P10, Glock 17, Glock was auch immer, gibt unzählige. SIG Sauer, P320er, whatever. Die Liste kann, glaube ich, relativ nahtlos und abendfüllend fortgesetzt werden. In dem Moment wird diese Waffen im Skisport verwendet werden, für eine zugelassene, genehmigte skisportliche Disziplin. Dann ist auch diese Waffe eine Sportwaffe. Und dann spielt es in meinen Augen auch tatsächlich keine nennenswerte Rolle, wofür sie eigentlich gebaut wurde. Wenn am Ende des Tages das Thema, was für eine Waffe ist das, wofür wurde sie konstruiert, konzipiert und produziert, auf den Tisch kommt, dann geht es in erster Linie darum, wie geeignet ist denn eine Waffe für die tatsächlich geschossene Disziplin. Eine CZ-P10 wird im Bereich DSB-Präzisionspistole, Gebrauchspistole kaum mithalten können. Genauso wie eine Glock, genauso wie eine Standard CZ-75. Weil die meisten, die diese Disziplin schießen, kommen mit einer P10-Target, Super-Target, Mega-Target, keine Ahnung. Die kommen mit einer SIG Sauer P220X6 auf den Stand, die kommen mit einer Lesber Premier 2, unvergleichbar. Sechs Zoll Waffen, die auf absolut höchste Präzision getrimmt sind. Die kann man nicht mit sowas hier oder sowas hier am Ende des Tages in einen Vergleich stellen. Aber ich glaube, das müssen manchmal die Menschen anfangen mal zu verstehen. Ich suche eine Waffe nicht danach aus, wie viel Zoll sie hat, was für einen Abzug sie hat, sondern ich suche eine Waffe für den Skisport aus, die für die beantragte Disziplin geeignet ist und vor allem zugelassen ist. Ich kann eine Disziplin wie BDMP, Dienstpistole, nicht mit DSB vergleichen, weil die Anforderungen an die Waffen eine ganz andere sind. Bei Dienstpistole schießen wir eben genau damit. Wir schießen sportlich mit einer Dienstwaffe. Im DSB sieht das anders aus. Dort schieße ich mit extra für den Skisport produzierten Sportpistolen. Und du wirst auch eine SIG Sauer P220X6 im Normalfall, es mag hier oder da in Bumfuck, Alabama oder wo auch immer, die Ausnahme geben, diese Art von Waffe nicht irgendwo bei einer Polizei- oder Militäreinheit im Einsatz finden. Es gibt eine 220X5SO, Special Ops, die ja, die ist aber eine Ausnahme. Du wirst, wie gesagt, diese hochgezüchteten Sportwaffen nicht im dienstlichen Umfeld finden, genauso wenig wie du im Normalfall eine dienstliche Waffe im Präzisionsbereich finden wirst. Von daher, meine These ist, Definition einer Sportwaffe oder einer Sportpistole ist, in dem Moment, wenn ich eine Waffe für den Skisport erwerbe und skisportlich nutze, dann ist das eine Sportpistole. Manchmal über Nacht Não ist das eine Sportpistole. Dann können wir Sie bitte hier parachoßen und die Ausnahme. Die Ausnahme Juifтовers Juifel 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 ah